Seit Jahren verspricht Pietro Lombardi seinen Fans, an der RTL-Show letztens teilzunehmen. Stattdessen hat er jetzt seine Verlobte ins Rennen geschickt ausrufezeichen.Bietro Lombardi und letztens, es ist eine nicht enden wollende Geschichte ohne Happy End. Schon 2017, also vor fast acht Jahren, hätte der Sänger für die RTL-Show über das Parkett webeln sollen, musste seine Teilnahme aber wegen einer Verletzung absagen und an Ersatzkandidat und Kumpel Giovanni Zarella übergeben. Punkt seither verspricht Pietro seinen Fans und Follower, ihnen regelmäßig, eines Tages bei Let's Dance mitzumachen. Pietro Lombardi findet immer neue Ausreden für eigenen Let's Dance-Teilnahme. Nach mehrfachem Vertrösten ging Pietro Lombardi im vergangenen Jahr sogar so weit, seiner Community ein konkretes Teilnahmedatum zu nennen. Punkt versprochen, mit 35 Jahren mache ich mit. So lange schaue ich als Fan zu, erklärte er damals auf Instagram. Punkt, der der Cinderella-Interpret am 9. Juni Geburtstag hat, die Staffeln der Tanzshow aber in der Regel im Mai enden, würde sein Einsatz als Let's Dance-Kandidat somit auf das Jahr 2028 fallen und somit auf Staffel 21. So richtig glauben, kann man das Pietro aber irgendwie nicht, denn irgendwie fällt ihm am Ende doch immer wieder eine neue Ausrede ein. Punkt hinzu kommt, dass sich die Show in der Regel von Skandal-Prominenten distanziert. Ob Pietro Lombardi seit dem Gewaltskandal um seine Verlobte Laura nun zu dieser Spezies gehört, muss jeder für sich selbst entscheiden. Punkt welche Entscheidung RTL diesbezüglich treffen wird, ist wohl noch offen, denn wie Pietro in einer aktuellen Fragerunde auf Instagram verriet, wartet er derzeit auf einen Anruf des Senders, um zu erfahren, ob er auch 2025 wieder in der DSDS-Jury sitzen darf. Da er selbst aber offenbar ohnehin kein allzu großes Interesse daran hat, sich monatelang der hohen körperlichen Belastung auszusetzen, die Let's Dance mit sich bringt, hat er für 2025 nun einen, wie er findet, mehr als würdigen Ersatz vorgeschlagen, seine Verlobte Laura Maria Röpa. Punkt Laura Maria Röpa soll in Pietros Stelle als Let's Dance-Kandidatin antreten. Punkt auf die Frage Wann bist du bei Let's Dance? Antwortete er am 21. November 2024 nämlich mit folgendem Statement, super Format, bin großer Feen. Aber ich glaube, so schnell, nachdem ich drei bis vier Mal abgesagt habe, fragen sie nicht mehr an. Aber bin Fan und liebe Let's Dance als Zuschauer. Via Verlinkung schickte er dann die Mutter zweier seiner Kinder ins Rennen, aber Laura Maria Röpa wäre super. Hüfte bewegen, kann sie. Aber wie ein Weltmeister. Als wäre seine unangenehme Sexanspielung auf Lauras Hüftbewegungen noch nicht schlimm genug, verschiebt er seine eigene Teilnahme dann auch noch einmal um zwei weitere Jahre nach hinten. 2030 ist meine Zeit, zu tanzen, behauptete er diesmal.